Guten Morgen aus Mexiko. Ja, wir machen hier jetzt gerade fest. Wir sind jetzt wieder an unserem Lieblingsplatz hier vorne. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag heute bringt, denn es ist leider schon der letzte Tag an Bord. Morgen müssen wir schon wieder vom Schiff, aber dann wartet ja eigentlich das eigentliche Highlight mit Los Angeles, mit dem Highway One, mit San Francisco dann am Ende der Reise. Ja, aber heute erstmal hier in Mexiko. Jetzt gehen wir gleich frühstücken, wenn wir hier festgemacht haben, damit wir dann auch zeitig von Bord können und dann mal gucken, was wir heute sonst noch so am Tag machen. Heute Abend ist nochmal eine Show. Gestern ja die Eishow mal wieder fantastisch. Ihr habt es im anderen Blog gesehen, aber das ist ja eh typisch für Royal Caribbean, dass die Shows einfach grandios sind. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag heute, der letzte Tag auf dem Schiff noch so bringt und euch nehme ich natürlich wieder mit. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Ja, und wie gesagt, wir schauen mal, was der Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.